Diese Woche bei Danger Force Captain Man tritt in einen Streik Nein, im Ernst? Ich hab das Gefühl, dass ich sie schon mal gesehen habe Wird das Team die Schwierigkeiten überwinden können? Bitte! Finde es heraus bei den neuen Folgen von Danger Force Am Danger Donnerstag um 18 Uhr Nur bei Nick